Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich Ihnen zeigen, was dann aus diesem Fitnessstudio geworden ist, das ich im letzten Video, ich werde es Ihnen hier oben verlinken, das Fitnessstudio, das ich mir eingerichtet habe als privates Refugium, als Absicherung, um eine persönliche Unabhängigkeit von staatlicher Gesetzgebung zu erreichen, wenn wieder irgend so etwas wie Covid in Panama auftauchen sollte. Wie gesagt, meine Horrorgeschichte mit Covid finden Sie hier oben, die werde ich hier verlinken, ansonsten zeige ich Ihnen, was dann dieses Fitnessstudio beinhaltet, was daraus geworden ist. Wie wir sehen können, wird das Fitnessstudio nicht nur von mir benutzt, sondern auch von Etzel und im Hintergrund ist Siegfried zu sehen. Diese Maschine hier, die Sie sehen, dieses Multifunktionsgerät, war das erste, was ich mir geholt habe. Das war noch während ich in diesem Hochhaus in der Stadt gewohnt habe. Da habe ich es mir gekauft, dieses Ding auf dem Balkon aufgebaut und allen Ernstes auf dem Balkon stehen lassen, um dort dann wenigstens trainieren zu können. Das ist dann nach und nach erweitert worden. Wir können im Hintergrund ein Laufband sehen, ein Fahrrad. Diese Maschine hier vor uns hätte die Möglichkeit, dass man auch Bankdrücken machen kann. Eigentlich ist der Abstand nicht groß genug für die beiden Ablagen. Dadurch würde das Gewicht überkippen, also nur für Dips und Klimmzüge. Das hier ist natürlich das umfangreichste Gerät. Wir können sehen, eine Smith-Maschine eingebaut. Man kann Dips machen, man kann auch Pull-Ups machen. Hier hat man mit Flaschenzug dann für Trizeps drücken, für Lat ziehen etc. Alles da mit dabei. Hier sehen wir, die habe ich eine Beinpresse. Die habe ich mir extra aus den USA schicken lassen. Riesenaufwand, aber damit trotzdem deutlich billiger als in Panama zu kaufen. Wie man sieht, man kann nicht nur Beinpresse machen, sondern man kann auch damit dann Kniebeugen machen. Und hier kommen wir dann zu der Freihantel-Region. Jetzt, wenn die Gimbal-Einstellung, bin ich noch nicht so ganz vertraut mit. Von daher bitte ich, das etwas zu entschuldigen. Aber man kann sehen, hier dann eben normale Handelbänke mit einer umschaltbaren Handel. Und hier dann große Gewichte, Freihanteln, so für Nosebreaker und ähnliche Dinge, sowie eine Bank für Bauchtraining. Und was ich mir bei dem Neubau dann gleich noch habe machen lassen, ich habe mir hier so Ösen in der Wand teilweise einschweißen lassen. Man hat auch die gute Qualität gesehen, wie es angebracht wurde, wo ich dann eben so ein System benutzen kann, sei es für Butterflies, sei es für Trizeps drücken oder ähnliches. Da fehlen mir noch die Kabel, die habe ich mir aus den USA bestellt. Die sollten so in ein bis zwei Wochen da sein. Und das damit dann also praktisch ein voll ausgestattetes Fitnessstudio. Im Ganzen, ich glaube, 900 Pfund in Gewichten, was die Scheiben angeht. Das ist allerdings für die Beinpresse nicht ganz ausreichend. Da bin ich am überlegen, ob ich eventuell noch irgendwie ein Gestell drauf mache, um mehr Gewicht drauf lagern zu können, beispielsweise mit Kurzhanteln oder Ähnlichem. Und ja, hier noch etwas dreckig, denn das ist hier noch im Umbau. Und dann, wie man sieht, bin ich barfuß vor und zurück gelaufen. Und diese zwei Metallteile gehören auch zu einem Grill, der draußen angebracht wird. Also das hier nur so ein kleiner Einblick in das Fitnessstudio, was ich dann eben hier gebaut habe. Wie man sieht, auch nur einfach Beton auf dem Boden, sodass, wenn ein Hantel mal auf den Boden fällt, dann nicht irgendwelche Fliesen kaputt gehen oder sowas. Aber wie gesagt, das Fitnessstudio, wieso ich ein eigenes Fitnessstudio habe, ist damit zu erklären und dass ich bei Covid vor der Entscheidung stand, entweder aus dem Land zu fliehen und zu hoffen, dass es in irgendeinem anderen Land dauerhaft besser ist oder einfach dafür zu sorgen, dass irgendein Staat, der verrückt wird, mich persönlich nicht mehr betreffen kann. Und wenn jetzt wieder Sport landesweit aus irgendwelchen wahnsinnigen Gründen verboten werden sollte, dann gehe ich einfach ins Stockwerk runter und gehe in mein privates Fitnessstudio. Das war es soweit. Etwas harmloseres Video hier an dieser Stelle. Aber das hat ein paar ja interessiert und mit dem Fitnessstudio oder wie Sie sich vorstellen können, das umzuziehen war natürlich ein gewisser Akt, weil man zum Teil die Riesengeräte auch zerlegen musste und sie anschließend wieder zusammenbauen musste. Und ja, das ist jetzt fertig und jetzt kann ich wieder trainieren. Wenn es Sie interessiert, wenn es Sie interessieren sollte, was ich trainiere und welche Trainingspläne, wäre auch hier irgendwo theoretisch mal was möglich. Ich mache jetzt High Intensity Training, Heavy Duty, um zeitsparend möglichst effektiv trainieren zu können. Wie gesagt, sollte Sie das interessieren, schreiben Sie das gerne mal. Dann können wir auch darüber gerne mal hier irgendwie auf dem Kanal was machen. Aber das war es ansonsten soweit von meiner Seite. Ich hoffe, es war interessant für Sie. Wenn ja, dann klicken Sie, gefällt mir. Hinterlassen Sie Kommentare, was Sie gerne sonst noch so sehen würden aus dem Leben hier in Panama. Wie gesagt, es sind viele weitere Videos geplant und es sollte also mehr geben, aber es wäre natürlich interessant zu sehen, was Sie sonst noch möchten. Und wenn Ihnen der Inhalt, die Inhalte gefallen, die ich hier stelle, wenn Sie mehr sehen wollen, dann abonnieren Sie doch bitte den Kanal. Vergessen Sie die Glocke nicht, um Videos nicht zu verpassen. Und in der Beschreibung finden Sie Links zu lauter anderen Kanälen von mir, von Twitch, zu meinem großen YouTube-Kanal, zu anderen etc., falls Sie dort andere Sachen noch interessieren würden. Das war es soweit von meiner Seite. Danke für die Aufmerksamkeit und bis bald.